Heute zocken wir wieder ein super tolles Spiel mit dem Unreal Engine Injector und zwar Banishers Ghosts of New Eden. Kann ich absolut empfehlen, ein super tolles Action-Abenteuer-RPG mit super Story und das funktioniert absolut super mit dem Unreal Engine Injector. Ich werde euch also wieder ein kurzes Tutorial zeigen und ein kleines Gameplay. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.devr. Danke an meine Sponsoren WoodGhost VR, Opperman Events, Virtuescape und Area 1. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! So Leute und bevor es losgeht, wie immer einmal kurz die Einstellung, die ihr machen müsst. Also wie immer müsst ihr natürlich erstmal die VR-Brille verbinden. Ich mache das wie immer mit Virtual Desktop. Also ihr müsst einmal die Virtual Desktop App auf der Quest jetzt hier in diesem Fall installieren und dann den Virtual Desktop Streamer auf dem PC. Dann einmal OpenXR Runtime VDXR. Das spart euch nämlich SteamVR und die Oculus Software. Und dann müsst ihr einmal das Spiel im Hintergrund aufmachen. Ihr seht, das ist schon offen. Also Banishers. Und dann müsst ihr den Annual Engine Injector öffnen. Ganz wichtig hier auf OpenXR stellen. Wie immer. Und dann wählt ihr hier den Prozess aus. Das ist hier Banishers Win64 Shipping. Und drückt dann hier auf Inject. Dann zuckt das ein bisschen. Zack, zack, zack. Und dann solltet ihr eigentlich hier im Spiel sein. Aber wie immer ein paar Sachen. Also hier müssen wir relativ wenig beachten. Wir müssen hier einmal auf Video gehen. Dann am besten hier vertikale Synchronisierung ausstellen. Ich habe das hier so auf randloser Fenstermodus da. Sieht das ganz gut aus. Die maximale Bildwiederholrate habe ich auf Unbegrenzt. Und ganz wichtig Bewegungsunschärfe aus. Also Bewegungsunschärfe ist immer Quatsch in VR. So und eigentlich, dann startet ihr das Spiel. Und wir gehen mal rein, würde ich sagen. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Seht ihr das alles richtig? Nochmal kurz gucken. Ja, genau. Ja und hier sind wir schon im Spiel. Und jetzt gehe ich nochmal in das Menü. Also beide Thumbsticks einmal reindrücken. Und tatsächlich müssen wir gar nichts ändern. Ja, also bei mir steht das hier auf Native Stereo. Und Skip Draw. Und ich habe tatsächlich nichts geändert. Und es läuft super. Es sieht auch gut aus. Ja, also ich habe hier auch keinen einzigen Grafikfehler oder sonst irgendwas. Nichts. Ja, so und ja, jetzt können wir hier zum Beispiel auf dem rechten Trigger können wir hier einen Nahkampf-Angriff machen. Können ihn auch gedrückt halten. Dann machen wir den festen Angriff. Wir können hier ja quasi blocken auf der linken Grip-Taste. Auf A können wir Aktionen durchführen. Zum Beispiel könnten wir jetzt hier das lesen, was hier steht. Ne, das funktioniert auch. Wir können auch hier natürlich durch das Menü scrollen. So. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich wieder. Ja, jetzt spielt er wieder in Third Person. Ja, ich spiele VR-Spiel in Third Person. Und ich sehe da auch kein Problem drin. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was tatsächlich jetzt nicht so klappt, ist in das normale Menü reinzugehen. Also wir können jetzt hier natürlich in das Menü, wir können in Optionen und so. Aber das, was du eigentlich auf Tab machst hier, das können wir jetzt zwar bedienen, aber wie man da reinkommt, habe ich bisher nicht rausgefunden. Da müsst ihr halt dann einmal tatsächlich auf der Tastatur auf Tab drücken. Tut der ganzen Sache jetzt aber, glaube ich, auch nicht so den Abbruch. Hier können wir dann jetzt aber auch alles bedienen und ja, auch wieder da rausgehen. So. Ja, und ihr könnt ja alles machen. Also, wie gesagt, so auf A können wir dann hier die Sachen bestätigen und weitergehen. Also es ist einfach Wahnsinn. Das ist so cool gemacht. Gucke ich das mal an. Ich meine, wie immer. Übrigens muss ich nochmal wie immer dazu sagen, bei euch zuckt das Bild jetzt wahrscheinlich. Das sieht ganz komisch aus beim Zugucken auf den Videos. Aber in meiner VR-Brill ist alles ganz ruhig und hier zuckt auch nichts. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Leider ist das nur in den Videos vom Unreal Engine Injector so, dass das alles so komisch ruckelt und zuckt. Und guck mal, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel diese Fackel sehe, die steht hier in Lebensgröße vor mir. Und mein Charakter auch. Das ist einfach total super. Selbst das User Interface kannst du halt ohne Probleme lesen. Und das kannst du aber auch noch in den Einstellungen, wie du willst, anpassen. Und auch in den Einstellungen kann man wie immer auch die Kamera anpassen. Also wenn man jetzt unbedingt hier, sag ich mal, ein bisschen näher noch ran will, dann kann man das hier auch machen. Das geht auch. Jetzt sind wir zum Beispiel hier fast in der Ego-Perspektive schon. Ja, seht ihr das? Kann man, wenn man will, machen. Aber ich weiß nicht. Also ich präferiere tatsächlich diese Ansicht. Ich sehe da keine Probleme. Da hat irgendwas gebliebt, glaube ich. Na hier, da ist irgendwas. Leder. Ah ja. Also wir können hier auch ganz normal alles aufnehmen und so. Die Sache ist, ich zocke es jetzt mit den VR-Controllern. Und wir können das aber auch mit Tastatur und Maus spielen. Ja. Oder halt auch mit Gamepad. Also ich kann jetzt auch die Kontrolle einfach weglegen. Seht ihr mich noch? Ja. Und ich kann jetzt auch einfach mit Tastatur und Maus weiterzocken. Jetzt weiß ich nur nicht, auf welcher Tastatur, aber auf E. Genau, auf E geht man hier hoch. So, jetzt zocke ich einfach mit der Maus. Ja. Das geht auch. Zack. Guck mal, da ist unser Kollege schon. Hinter dir. Zack. Von denen habe ich auch schon gerade welche bekämpft. Ich kann sie hier einfach wieder auf die Controller wechseln. Foto-Modus. Ich will keinen Foto-Modus jetzt. Ah, guck mal. Ist ja auch interessant. Wie kommt man da raus? Ich kann keine Kiste aufhalten. Ja, man kriegt hier am Anfang noch natürlich alles ein bisschen beigebracht und so, ist klar. Übrigens mal abgesehen davon, dass das in VR geil ist. Und dass die ursprünglichen Siedler sind. Das verheißt jedenfalls nichts Gutes. Und dass das in Deutsch ist, ist das Spiel halt auch einfach absolut geil, ne? Also es ist ein schönes Spiel. Wenn ihr viel auf Story oder so steht, ja? Das ist ganz, ganz toll gemacht. Kann ich jedem empfehlen. Und du kannst es halt in VR super zocken. Also die Grafik ist auch wirklich gut. Und es läuft unfassbar flüssig, ja? Weil ich leider denkt ihr wahrscheinlich jetzt in dem Video, dass es zuckt oder ruckelt oder irgendwas. Nein. Hier mit der Quest 3 und Virtual Desktop läuft butterweich. Als wenn das für VR gemacht wurde, ne? Geil. Geil, 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 geil. So, jetzt können wir hier zum Beispiel den Trigger drücken. Zack. Zack. Einfach super. Oder was meint ihr? Absolut cool. Und das wirklich, also fast keine Einstellung, ne? Also im Annual Injector selbst, also hier drin, musst du einfach gar nichts einstellen. Es läuft out of the box, nur halt in den Spiel Settings. Also mal, ihr könnt das natürlich selbst auch so lassen. Ihr könnt auch vertikale Synchronisation anlassen und den Bewegungsunschärfen. Also ich mag es halt nicht, Bewegungsunschärfe in VR. Theoretisch müsst ihr eigentlich gar nichts ändern, ne? Aber ich gebe euch halt immer so meine Tipps, wie ich das einstellen würde, damit es halt schön angenehm auch ist. Und das ist halt einfach total geil. Einfach geil. Und ja, wenn ihr Interesse an dem Spiel habt, gerne natürlich in der Beschreibung findet ihr das alles. Auch mein allgemeines Tutorial zum Unreal Engine Injector und auch den Unreal Injector selber findet ihr in der Beschreibung. Und wie immer gerne, schreibt mir in die Kommentare, welches Unreal Engine 4 oder 5 Spiel ihr auch gerne mal vorgestellt haben wollt auf meinem Kanal hier, ne? Es gibt ja eine richtige Serie hier mit den Unreal Engine Injector spielen, weil das halt einfach, ja, erstens rettet das quasi PC VR. Also PC VR lebt ja von solch geilen Mods, ja? Und das hier, also der Unreal Engine Injector ist wirklich das absolute Highlight der letzten Jahre in meinen Augen, ne? Es gab ja immer Warp X, aber Warp X war halt so, ja, ihr wisst selber, ne? Da kannst du halt 90% der Spiele funktionieren sehr, sehr schlecht oder es gibt noch nicht mal 3D-Effekt oder sonst irgendwas. Aber der Unreal Engine Injector, der, also ich spiele das Spiel jetzt, es fühlt sich so an, als wenn das für VR sowieso programmiert wurde, ja? Alles ist in 3D, alles ist in räumlicher Tiefe. Guck mal, hier ist sogar volles Raum-Tracking, ja? Also ich kann hinter meinem Charakter hin und her und der bewegt sich halt hier, wie geil ist das, ja? Wie geil ist das halt, ne? Alles super. So, jetzt habe ich genug gelabert, wie gesagt, diese Unreal Engine Injector Serie, das ist immer nur ein kurzes Tutorial und ein kurzes Gameplay, da will ich jetzt nicht stundenlang zocken. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, Daumen nach oben und schaut euch gerne meine Playlist an Unreal Engine Injector Spiele. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao! Bis zum nächsten Mal, haut rein!